So, da bin ich wieder und ich habe jetzt so ein bisschen durchgelesen, also die Feuerkugel, ne, die kann, ich könnte aber jetzt was anzünden, das Feuer, was ich mit der Feuerkugel verursache, brennt schneller als normales Feuer, ähm, aber im Großteil benutzt man die für was anderes, deswegen brauche ich noch ein bisschen, habe ich noch Schwarzpilber, habe ich noch, und Farbe, nehmen wir einfach mal Grün, so, jetzt sehen wir einfach mal drei Feuerwerksterne, machen da Farbe dazu, mit Grün scheint es also gerade nicht zu funktionieren, das ist super, dann gucken wir mal hier, ob wir vielleicht Gelb nehmen können, Feuerkugel? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, gerade eben, Irgendwie, ich gucke mal, ich gucke noch mal ganz kurz an, ich kann das bei den Bayern machen, sollte man ja nicht sehen, äh, ich gucke mal ganz kurz, jetzt flieht es natürlich ganz kurz ein bisschen, das wird kurz dauern, Äh, der Feuerwerkstern, Spezialzutaten, Nein, Büfor-Skelettschäde, Ja, wer baut denn bitte Büfor-Skelettschäde in dem Feuerwerkstern ein, Alter, das ist doch unklar, Moment, da war der gerade, der geht anscheinend nur für einen einzigen, den ich gerade gemacht habe, Da brauche ich Schwarzpulver, gleich kommt er, Moment, Achso, wenn ich drauf fliege, ah, genau, Knochenmehl, Klochstone-Staub, Schwarzpulver, Knochenmehl, Klochstone-Staub, Schwarzpulver, Knochenmehl, 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 Glowstone-Staub, Schwarzpulver, Knochenmehl, Schwarzpulver war hier, Glowstone-Staub war hier und die Kugel, kleine Kugel weiß funkeln. Ach krass, okay, jetzt funkelt die, wenn ich das noch dazugebe, dann, mir rum, das war so, glaube ich, ah, die funkelt doch auch so, warum sollte ich dann das noch dazugeben? Wenn ich jetzt gelb nehme, ist die gelb, oh, ist egal. Wenn ich jetzt nur das nehme? Große Kugel, gelb. Ah. Das heißt, ich könnte mir zwei große Kugeln machen, dann könnte ich mir noch, Moment, 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 zwei große weiße Kugeln machen, könnte mir noch zwei weiße Kugeln ohne Vogel machen, dann könnte ich mir noch zwei normale weiße Kugeln machen, das ist ja geil, lol. Okay, ähm, die muss ich jetzt irgendwie, kleine weiße Kugeln, große gelbe Kugeln mit Funkeln, große Kugeln mit Funkeln und große Kugeln ohne Funkeln, ähm, und Feuerwerkstern, das ist interessant, das ist wirklich sehr interessant, und die Magma-Creme kann man doch rein, logisch, also ich glaube, das war so, Moment. Die Magma-Creme ist doch zum, das ist auch noch ein Name, was siehst du? Habe ich noch Wasser tränke, unter Wasseratmung, Wasserflasche. Moment, 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 da brauche ich jetzt erst mal wieder, die Freunde hier. So, geben wir ja mal so ein Stack mit. So. Lalalalalala. So. Seltsamer Tränke wirkungslos haben wir jetzt dreimal, die packe ich mir mal hier rein. So. Da haben wir noch drei seltsame Tränke wirkungslos. Und die eine Wasserflasche kommt dann wieder hier rein. Plus die Leere. Plus den... ...meisten Redstone. Jetzt habe ich einen da jetzt auch drin. Unterwasseratmung, Unterwasseratmung, Wasserflasche, ah, hier habe ich auch noch Wasserflaschen. Nachtsicht, Unterwasseratmung. So. Klack, 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 klack. Seltsam, 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 seltsam. Seltsam, sehr schön. Und jetzt müssen wir doch eigentlich... Genau, da passiert was. Und wenn ich mich nicht täusche, dann müssten da jetzt eigentlich Feuerhautresistenzdränke rauskommen. Das ist Bescheid, dass ich die nicht so stacken kann aufeinander. Das ist eine Wasserflasche noch. Gewöhnlich hat er eigentlich folgungslos. Hä? Habe ich da für einen Scheißes gemacht? Die beiden hat es irgendwie... Seltsamer, 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 okay, warte mal. Irgendwie ist da ein bisschen was schief gelaufen gerade. Das ist jetzt gewöhnlicher Trank wirkungslos und... gewöhnlicher Trank wirkungslos. Das ist eine Wasserflasche? Die sind richtig geworden. Die sind auch alles geworden. Ähm... Steht ein Zombie von meiner Tür. Ähm... Dann könnt die mal hier rein. Jetzt verlängere ich die mit Redstone noch. Dann gehe ich mal ganz kurz hier her. Ähm... Ich kann die mal alle zusammenpacken. Das ist ja... Katastrophe mit den ganzen Brustponsern. So. Super, genau. Da habe ich nämlich jetzt den. Auch die beiden kann ich zusammenpacken. Auch wenn das nichts bringt. Aber egal. Da habe ich erst mal nur noch eine. So. Zusammengepackt. Äh... Die brauche ich nichts anpacken. Das kann hier her erst mal. Ähm... Na genau. Apfel habe ich hier noch. Dann kann hier wieder der ganze Mist rein. Die Knochenmehl. Das da. Und... Das war es eigentlich schon. Hier können wir wieder das hier alles rein. Ich habe noch eine Lederkappe. Und dann haben wir hier noch die. Super, da sieht es eigentlich ganz gut aus wieder. 2, 3 und 1, 2, 3. Achtminutiger Feuerdrang. Haha. Das ist doch super. Da haben wir einfach mal 8 Minuten. Mal viel. 24. 48. 24. Sind wir bei 1 Stunde. Das ist wirklich geil. Da musste ich mir auf jeden Fall. Wenn wir uns mal merken. Äh... Später. Ich habe... Ich würde es sowieso mal ausprobieren. Moment. Haben wir denn noch einen... Ne, Fehler haben wir gar nicht. Fehler haben wir gar nicht. Äh... Haben wir denn Schilder? Ich frage euch erst, warum ich so viel durch das Eck selber. Ähm... Hm-hm... Der da, genau. Super. Super. Jetzt muss ich... Ne, ganz kurz mal ein paar Schilder basteln. Wollte reichen. Tränke... Tränke... Labor... Bauen... Kampffestung Bauen Bacon Pyramide Bauen Monster Falle bauen in Fragezeichen und unter Wasser bauen Fragezeichen super habe ich das alles vorgemerkt So dann sehen wir uns wieder meine lieben freunde wenn es dann heißt folge 800 die wäre dann morgen und wir sehen uns dann morgen Erklären wie der hier reinkommt ich mache den jetzt so fertig Stirb Gut klar Moment jetzt muss man noch schnell wieder hoch Ich müsste ich bei der Aufnahme so spielen wenn ihr mal wollte ich eine Aufnahme so spiele Dann erst ihr werdet die folge sowieso sehen bevor ich eine neue Aufnahme macht wahrscheinlich Es wird wahrscheinlich jetzt folge 800 kommen und dann werde ich erst wieder neu aufnehmen als werdet ihr die folge vorher noch sehen Wenn ich heute mal so spielen eine folge lang Bauen wird schwer aber kämpfen so eine folge das geht eigentlich dann sagt ja mal Bescheid Ich wollte ein Buch holen Boah Buch Krams doch Krams Nehmen wir mal zwei mit zur Sicherheit So gehen wir mal runter Das ist wie die Ego Perspektive die ganze Zeit Der wäre das aber schon cooler So NG So wollen wir mal schauen was wir hier bekommen Schlag 1 ist langweilig Wasser Affinität ist langweilig Haltbarkeit ist langweilig Rückstoß ist langweilig Wasser Affinität ist langweilig Haltbarkeit Schutz Behutsamkeit Behutsamkeit wäre aber übel geil Weil wenn man Behutsamkeit hat kann man spinnen So ab Affinität ist doch glaube ich Geschwindigkeit Kann man spinnen nämlich Spinnseite so abbauen wie es da ist Also wenn da so ein Spinnnetz da hängt Dann kannst du das genauso abbauen wie es da ist Und du kannst es woanders einfügen Das wäre fürs Let's Play super geil Aber die kriegt man glaube ich erst auf Level 23 Effizienz 2 Rückstoß Dornen Stärke Halbarkeit Schärfe Stärke Nemesis der Gliederfüßler Blünderung 1 Blünderung 1 ist auch nicht schlecht Stärke Bann Schärfe Wasser Affinität Blünderung 1 Schusssicher Da brauchen wir noch ein Level dafür Alles klar Wir sehen uns dann morgen zum Duell Tschüss